Objektivismus ist die Philosophie der Philosophin Ayn Rand. Die Kernthesen sind, dass die Realität objektiv ist und das einzige Überlebenswerkzeug der Menschen der eigene Verstand ist. Daraus folgt die Tugend des Egoismus. Das heißt, dass jedes Individuum selbst für die eigene Glückseligkeit verantwortlich ist. In den Worten von John Galt I swear by my life and the love of it that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine. Um tiefer in den Objektivismus abzutauchen, höre die Tugend des Egoismus im Alexanarcho-Podcast. Willkommen zurück zum Alexanarcho-Podcast mit der Vorlesung Die Tugend des Egoismus. Heute lesen wir Kapitel 3, was von Ayn Rand selber geschrieben wird oder geschrieben wurde. Das letzte Kapitel war ja von ihrem Lover und Partner Nathaniel Brandon. Heute also wieder von der Wurzeln selber. Und zwar trägt dieses Kapitel den Namen Die Ethik der Notfälle. Das wird also eine Antwort auf die Frage sein, die man öfter mal als Einwand hört, wenn es dann um das Thema Ethik geht. Rothbard hatte zum Beispiel in seinem Buch Die Ethik der Freiheit, was ich natürlich auch vorgelesen habe. Und was ihr natürlich auch alle gehört habt, weil ihr so treue Zuhörer seid, das Kapitel mit den Rettungsbooten und ähnlich wird es jetzt also auch hier heute um so Notfälle gehen. Also eigentlich, wenn ich jetzt morgens aufstehe, rechtes Bein aus dem Bett, linkes Bein aus dem Bett, dann erstmal zur Dusche schlappen und dann, was weiß ich, laufe ich zum Bäcker, lebe mein Leben ganz gewöhnlich. Das ist kein Notfall. Und in den meisten Fällen können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass Ethik sich genau auf solche Situationen halt bezieht. Auf Situationen, die wir tagtäglich erleben und die also, was weiß ich, 99 Prozent unseres Lebens ausmachen. Für den restlichen 1 Prozent gibt es allerdings Notfälle. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie geht man aus einer ethischen Sicht mit solchen Notfällen um? Bevor ich jetzt hier aber gerade groß rumschwadroniere, werde ich einfach anfangen zu lesen, nur vielleicht zu deinem Verständnis. Ich habe das hier schon mal gelesen, das ist aber schon einige Jahre her, deswegen bin ich jetzt genauso überrascht wie du, wenn wir dieses Kapitel lesen. Okay, ich fange an. Die psychologischen Resultate des Altruismus kann man daran ablesen, auf welche Weise viele Leute an das Thema Ethik herangehen. Sie stellen Fragen, wie zum Beispiel, Zitat, Sollte man sein Leben riskieren, um einem Menschen zu helfen, der a. dabei ist zu ertrinken, b. in einem brennenden Haus gefangen ist, c. vor einem herannahenden Lastwagen läuft, d. an seinen Fingernägeln über einem Abgrund hängt. Zitat Ende. Betrachten Sie die Implikationen dieser Herangehensweise. Also wir werden jetzt hier durch vier Punkte durchgehen, was Konsequenzen sind, wenn wir den Altruismus akzeptiert haben. Und für die Leute, die jetzt hier einfach so dazwischen grätschen und nicht die ersten drei Folgen von der Vorlesungsreihe Die Tugend des Egoismus gehört haben, Altruismus ist das, was Ayn Rand gar nicht mag. Also das ist dann die Ideologie des Bösen letztendlich, die Ideologie des Todes, wie Ayn Rand sagt, weil Leute, die halt den Altruismus akzeptiert haben und Altruismus heißt nur, ja, Alter, Alter, das ist der Andere. Ja, zum Beispiel kennen wir auch die Worte Alternative oder Alter Ego, das ist dann, bezieht sich auf die Anderen, ja, und wohingegen Ego bezieht sich auf das Selbst. Und die logische Folgerung ist jetzt also, ja, wenn ich ein Altruist bin, dann bezieht sich mein Leben ständig auf die Leben von anderen Leuten, anstatt, dass ich, was weiß ich, ja, anstatt, dass ich mich selber fütter, ja, den Löffel in meinen Mund stecke, stecke ich den Löffel in deinen Mund. Ich bin sozusagen dein Your Brother's Keeper, ja, da gibt es auch ein gutes Kapitel darüber in Atlas Shrugged, was natürlich der Magnum Opus von Ayn Rand ist, okay. Also, und je nachdem, wie sehr wir uns ideologisch diesem Altruismus versklaven, werden wir halt da Konsequenzen draus ziehen müssen, ja, und je mehr wir uns versklaven, desto stärker sind diese Konsequenzen. Erstens, Mangel an Selbstachtung, da seine größte Sorge im Bereich der Werte nicht der Frage gilt, wie er sein Leben leben, sondern wie er es opfern soll. Also, ich denke, das geht direkt zurück zur vorigen Folge, zum vorigen Kapitel, wo wir uns eben da genauer den, die, ja, die Psychologie der Selbstopferung angeschaut haben. Und wir haben ja festgestellt, ja, je mehr ich mich dem Altruismus verpflichte, desto mehr muss ich eben mich für andere Leute aufopfern. Weil, wenn der Löffel nicht in meinem Mund landet, dann werde ich nach und nach verhungern. Schlechtes Beispiel, ich weiß, aber es dient zur Illustration. Zweitens, Mangel an Respekt für andere, ja, also ich respektiere nicht nur mich selber nicht, sondern auch andere nicht, da der Mensch für eine Herde hilfloser Bettler hält, die um Hilfe schreien. Also, ein Altruist verachtet andere Menschen, weil diese Menschen in seinen Augen nicht fähig sind, ihr eigenes Leben zu meistern, ja. Und man muss sich dann praktisch um die, um die dummen Schafe kümmern. Drittens, ein albtraumhaftes Weltbild, da er glaubt, dass Menschen in einem bösartigen Universum gefangen sind, wo Katastrophen das erste und größte Problem im Leben sind. Also, ein Altruist hat immer dieses, diese implizite Wahrnehmung oder dieses implizite Bild eines Universums, was ihn letztendlich vernichten möchte. Wohingegen ein Egoist ein, ja, auf Englisch sagt man ein Benevolent Universe, ja, ein gutwollendes Universum. Ein Universum, was den Menschen als Organismus eigentlich mit allem ausgestattet hat, was er zum Überleben braucht. Er muss diese Werkzeuge nur benutzen. Also, wir haben dann noch viertens und eine lethargische Gleichgiltigkeit gegenüber der Ethik. Da seine Fragen Situationen enthalten, in die er wahrscheinlich nie geraten wird, die keine Beziehung zu den eigentlichen Problemen seines Lebens haben und ihm somit keinerlei moralische Prinzipien für sein Leben geben. Ja, also, das ist natürlich auch klar. Wenn ich immer so Live-Boat-Szenarien in meinem Kopf überlege, ja, das Trolli-Problem zum Beispiel. Ich werde jetzt hier mal kurz pausieren und eine Umfrage in die Alex-Anarcho-Gruppe stellen, in die du natürlich auch reinkommen kannst. Ja, also, auf Telegram einfach Alex-Anarcho-Feed eingeben, dann bist du im Kanal drin und mit AA-Diskurs kommst du in die Diskussionsgruppe. Ich poste mal kurz die Umfrage rein. Also, wir bleiben gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das hat noch nie ein Mensch jemals im Leben erlebt. Ja, also, nicht nur wir in unserer kleinen Gruppe, sondern so eine Situation kommt halt nicht vor. Ja, die ist an den Haaren herbeigezogen und natürlich ist ein ganzes Leben auf eine Situation auszurichten, wo wir nie reinkommen werden, ist ein bisschen, ja, fehlgeleitet. Ja, wie gesagt, die Ethik soll eigentlich unser alltägliches Leben stützen und nicht irgendwelche hypothetischen Situationen, in die wir nie reinkommen werden. Ja, also gut. Also, wir fassen das nochmal zusammen. Je nachdem, wie sehr wir Altruismus akzeptieren, werden wir erstens uns selber nicht mehr achten, zweitens andere nicht mehr achten, drittens das Weltbild eines Albtraums haben, dass wir ständig Katastrophen gegenüberstehen und viertens, wir werden eine lethargische Gleichgültigkeit gegenüber der Ethik entwickeln. Okay, also. Also, ne, das ist ganz wichtig. Wir müssen verstehen, ein Rant ist der Ansicht, dass der Egoist durchaus andere Leute lieben kann. Also, das ist bei weitem nicht so, dass wenn ich sage, ich bin ein Egoist, dass ich nur, ja, ich rede gar nicht mit anderen Leuten, ich lächle nicht, wenn ich andere Leute sehe, ich habe gar keine Beziehungen, ja, so ist das nicht. Sondern immer, wenn ich mit anderen Leuten interagiere, mache ich das letztendlich für mich. Und das ist nichts Schlimmes, ja, das ist nichts Verwerfliches moralisch gesehen, sondern das ist sogar gut. Ja, weil ich, nochmal das Beispiel, was sie, glaube ich, in der ersten Folge angesprochen hat, ja, also Dostoyevsky hat ein Mädchen geheiratet, nicht weil er sie geliebt hat, sondern weil er meinte, das wäre das Beste für das Mädchen. Und die, das Mädchen hat dann letztendlich Selbstmord begangen. Toll, gell? Also, wir merken uns einfach, es kann, oder es sollte so sein, dass wenn wir Beziehungen haben, dass wir das für uns selber machen. Dass wir die andere Person lieben, weil sie zum Beispiel die gleichen Werte hält, wie wir selbst. Und, ja, das hat nichts mit Selbstopferung zu tun, sondern mit Selbstbereicherung, ja. Und das kann eben durchaus eine Win-Win-Situation sein, wenn ich eine tolle Partnerin habe, die die gleichen Werte mit mir teilt, was weiß ich, die mir leckeres Abendessen kocht. Das ist durchaus etwas, was mein Leben bereichert und was ihr Leben bereichert, weil sie eben auch, ja, mich liebt, meine Werte teilt, sich freut, wenn ich mich über das Essen freue und so weiter. Wieder ein super schlechtes Beispiel, ich weiß. Aber es ist halt so, ne, das ist keine Win-Lose-Situation. Eine Beziehung, die eine Win-Lose-Situation hat, ist eine, ja, abusive relationship, ja, zum Beispiel der Onkel, der seine kleine Nichte vergewaltigt. Das ist eine Win-Lose-Situation. Der Onkel gewinnt, weil er da absamen kann und die Nichte verliert natürlich hochgradig, weil sie vergewaltigt wird. Also, das wäre dann eine schlechte Beziehung. Eine noch schlechtere Beziehung wäre natürlich eine Lose-Lose-Situation. Ja, also, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel an. Ich musste irgendwie gerade an die Saw-Filme denken, wo zwei Leute im Raum gefangen sind oder so. Das ist irgendwie eine Lose-Lose-Situation. Wobei es vielleicht auch eine Lose-Lose-Win-Situation ist, weil Jigsaw im Hinterraum sitzt und sich einen ablacht und sich freut. Aber, okay, also, wir merken uns einfach, gute Beziehungen sind Win-Win-Situationen. Und mach das einfach in deinem eigenen Leben. Überleg dir, mit welchen Leuten du Beziehungen hast. Und wenn du feststellst, das ist für dich kein Win, dann beende diese Beziehungen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, die Welt ist groß genug. Wir haben über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Du musst dich nicht mit, was weiß ich, dem Kreis in deinem Dorf abgeben, wenn du merkst, dass das nichts für dich ist. Also, da kannst du dann auch die Koffer packen und dich mit Leuten umgeben, die mehr von deinem Weltbild teilen. Okay. Andererseits gibt es jene Psychopathen, die diese Diktomie zwar akzeptieren, aber ihre Kehrseite wählen. Diese Menschen sind die Endprodukte des entmenschlichenden Einflusses des Altruismus, die nicht die Grundprämisse des Altruismus anzweifeln, sondern ihre Rebellion gegen Selbstopferung anders ausdrücken. Sie sagen, ihnen sei das Leben anderer Menschen völlig egal und sie würden keinen Finger rühren, um einem Menschen oder einem Hund zu helfen, der von einem fahrflüchtigen Auto angefahren wurde, hinter dessen Steuer meistens einer von ihrer Sorte gesessen hat. Also, eine lustige Klammer noch. Ja, also, es gibt also die Leute, die overdosed beim Altruismus sind, die so tief im Altruismus drin sind, dass sie sagen, Leute, ist mir alles scheißegal. Ja, ich würde nicht mit dem Finger wackeln, um hier irgendein menschliches Leben zu retten. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie würde ein Rand auf so eine Situation reagieren? Ja, zum Beispiel auf eine Situation, wir laufen, spazieren an einem See und sehen, dass da jemand im See ertrinkt. Würde der Egoist jetzt sagen, wie der Psychopath des Altruismus, der OD-Tier, ja, lass den Menschen ertrinken, ja, also ist mir doch scheißegal. Oder würde er sagen, oh, fuck, ich kann zwar nicht schwimmen, aber ich muss da jetzt raus und irgendwie mein Leben opfern, um vielleicht den anderen Menschen zu opfern. Und was würde der Egoist tun? Die meisten Menschen akzeptieren oder praktizieren keine Seite der teuflischen falschen Diktomie des Altruismus. Doch ihr Resultat ist ein totales intellektuelles Chaos in Bezug auf normale menschliche Beziehungen und in Beziehungen auf das Wesen, den Zweck oder das Ausmaß der Hilfe, die man anderen zuteilwerden lässt. Heute wissen viele gutmütige, vernünftige Menschen nicht, wie sie die moralischen Prinzipien, die ihre Liebe, ihre Zuneigung oder ihren guten Willen begründen, identifizieren oder in Begriffe fassen sollen. Sie können keine ethischen Anleitungen finden, da die Ethik von der angestandenen Plattitüden des Altruismus dominiert wird. Zur Frage, warum der Mensch kein Opfertier ist und warum es nicht seine moralische Pflicht ist, anderen zu helfen, verweise ich auf der Streik. Hier erörtere ich die Prinzipien, mit denen man jene Fälle identifiziert und beurteilt, in denen es um nicht opfernde Hilfe für andere geht. Okay, also sie hat jetzt die Frage hier noch nicht beantwortet. Sie meinte nur, ja, also die meisten Menschen haben irgendwie bei der Ethik, ja, Ethik, was ist das schon? Das ist ja halt die andere Backe auch noch hin, wenn dir jemand eine Backpfeife gegeben hat und so. Das sind eher Plattitüden als tatsächliche Anleitungen, wie man sein Leben leben kann. Und, ne, also ich denke, das sollte eigentlich auch schon aus Rothbard hervorgegangen sein, nur mal legal gesehen, ja, nur auf einer ethischen Frage. Und Ethik im Sinne von Rothbard ist das, was, ja, mit Gewalt geahndet werden kann oder nicht, haben wir keine Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber. Also, dieses ganze unterlassene Hilfeleistung mäßige Ding, ja, dass ich jemanden im See ertrinken sehe und ich gehe da einfach dran vorbei. Im deutschen Recht würde man da wahrscheinlich für bestraft werden, wegen, was weiß ich, fahrlässiger Tötung oder so. Aber von der ethischen Perspektive, wie Rothbard das sehen würde, habe ich den ja nicht da reingeschubst. Ja, also ich habe ihn ja nicht direkt in den See befördert und nicht direkt zu seinem Tod beigetragen. Ich habe nur nichts gemacht, was dann letztendlich zum Tod geführt hat. Das ist übrigens auch der Punkt, warum ich beim Trolli-Szenario, ja, also vielleicht nochmal so für die Leute, die nicht wissen, was das Trolli-Szenario ist, das ist so der typische Notfall der Utilitaristen. Und das hatten wir auch in der Universität, ja, also ich habe da Management, Philosophy und Economics studiert. Das heißt, wir haben auch durchaus Philosophie und Ethik besprochen. Und natürlich haben wir das Trolli-Szenario gemacht, weil meine Professoren durch die Bank eigentlich Utilitaristen waren. Das heißt, sie wollen immer das größtmögliche Wohl für die größtmögliche Menge. Und der Utilitarismus hat seine Probleme. Wir haben da auch bei Rothbard in die Ethik der Freiheit in den 20er Kapiteln ausführlicher drüber gesprochen. Letztendlich ist beim Trolli-Szenario sind zwei Gleise, ja, auf dem einen Gleis arbeiten fünf Arbeiter und auf dem anderen Gleis arbeitet nur einer. Und jetzt sehen wir praktisch, wir stehen auf einer Brücke an einer Weiche dran und wir sehen in der Ferne kommt ein Zug angebrettert, der, ja, so wie die Weiche aktuell gestellt ist, die fünf Leute, die da auf dem Gleis stehen würden, komplett umsahnen wird und alle töten wird. Also, wenn wir nichts machen, dann sterben fünf Menschen. Jetzt stehen wir aber an der Weiche und wir haben die Möglichkeit, den Hebel umzulegen, damit der Zug eben die andere Richtung geht und dann nur eine Person tötet. Und jetzt ist natürlich die Frage der Utilitaristen, was machen wir? Ja, also mal ganz abgesehen davon, dass wir nie in eine solche Situation kommen werden. Ich check mal kurz die Telegram-Gruppe. Also, drei Leute haben schon abgestimmt und alle sagen, nein, sie waren noch nie in einem solchen Trolley-Problem. Das sind 100 Prozent, sehr gut, untermalt schon meinen Punkt, auch wenn das natürlich keine repräsentative Gruppe jetzt hier ist. Also, ne, ich würde sagen, mach gar nichts, ja, dann bist du nicht involviert in diese Situation und wenn diese Leute, die fünf Leute dann sterben, vom Zug überfahren werden, dann ist das kein Mord. Weil du hast, ja, dich da nicht in diese Gleichung, sag ich jetzt mal, injiziert. Wohingegen, wenn du den Hebel umlegst, dann tötest du, ja, dann ermordest du die eine Person. Das ist dann tatsächlich Mord und das ist auch eine ethische Handlung. Und so würde ich halt sagen, ja, also, nur erst mal das Trolley-Szenario. Das ist halt so ausgelegt, dass eigentlich dann, was weiß ich, 70 Prozent der Leute sagen, ja, ich würde den einen Menschen lieber opfern, anstatt die Fünfe zu opfern. Also, ja, wo ist da der Kontext, ja, warum stehen die fünf Leute da, warum ist die Weiche so gestellt? Da muss doch irgendjemand in der Schaltzentrale sitzen oder die fünf Leute, die da auf dem Gleis stehen, haben einfach nicht richtig aufgepasst, ja, und sterben letztendlich aus eigener Dummheit oder aus eigener Fahrlässigkeit. Das heißt, ja, einfach so, ne, dass ihr mal das Trolley-Szenario noch mal vor Augen habt und gut, okay, wir lesen weiter. Ein Opfer ist die Aufgabe eines Wertes für einen geringeren oder einen Nicht-Wert. Genau das hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen mit dieser hierarchischen Wertestruktur oder mit dieser Werte-Hierarchie. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel einen hohen Wert, unser eigenes Leben für einen niedrigeren Wert, das Leben von Nachbarn Müller aufgeben, dann ist das ein Opfer. Wohingegen, wenn ich meine, was weiß ich, meine Kinder über alles liebe, noch mehr liebe als mein eigenes Leben und dann gebe ich mein Leben für meine Kinder auf, dann ist das kein Opfer, sondern ein Gewinn. Daher misst der Altruismus die Tugend des Menschen daran, wie sehr er seine Werte aufgibt, auf sie verzichtet und sie betrügt. Da Hilfe für einen Fremden oder einen Feind als tugendhafter und weniger egoistisch angesehen wird als Hilfe für Menschen, die man liebt. Also das ist ganz wichtig, wenn wir uns im Realm of Altruism bewegen, dann ist es immer ganz lobenswert, wenn wir selbstloser wir sind. So Mutter-Theresa-mäßig. Wenn wir uns komplett für andere Leute versklaven, dann sind wir viel tugendhafter als Leute, was weiß ich, die nur ihrer Familie was opfern. Und jetzt opfern wirklich im Sinne von einen höheren Wert für einen Nicht-Wert tauschen. Also am besten, wir opfern uns für Leute, die wir gar nicht kennen, dann sind wir die Tugendhaften, die es nur gibt, nach der Logik des Altruismus. Das rationale Verhaltensprinzip ist das genaue Gegenteil. Handle immer in Übereinstimmung mit deiner Werte-Hierarchie und opfere nie einen höheren für einen geringeren Wert. Also das ist jetzt also das rationale Prinzip. Ja, wir sind egoistisch, wir haben unsere Werte-Hierarchie und wenn was höher ist, dann geben wir das nicht auf für etwas, das niedriger ist. In der Werte-Hierarchie jetzt. Dies gilt für alle Entscheidungen, einschließlich Handlungen in Bezug auf andere. Es setzt voraus, dass man eine rational definierte Werte-Hierarchie besitzt. Werte, die nach einem rationalen Maßstab bestimmt werden. Ohne eine solche Hierarchie sind weder rationales Verhalten noch Werturteile oder moralische Entscheidungen möglich. Sprich, ich würde jetzt hier sogar sagen, dass jeder Mensch diese Werte-Hierarchie hat, ob man sich jetzt genau darüber bewusst ist oder nicht. Also, gerade ist der Screen von meinem Laptop rausgegangen. Ich habe schon Panik bekommen, dass der wieder abgestürzt ist. Ich mache den mal kurz hier in Activate. Okay, also das ist immer so. Um eine Entscheidung zu treffen, brauchen wir implizit eine Werte-Hierarchie. Ich würde allerdings auch argumentieren, dass Leute, die sich ihrer Werte-Hierarchie explizit bewusst sind, bessere Entscheidungen treffen können, als Leute, die sich halt von den Launen treiben lassen. Ja, also zum Beispiel ein Heroin-Abhängiger, der sich eigentlich letztendlich zugrunde richtet durch seinen Konsum, hat keine explizite Werte-Hierarchie. Wohingegen jemand, ja, was weiß ich, der sich überlegt, okay, ich möchte in 10 Jahren Vater werden und in 50 Jahren möchte ich mich zur Ruhe setzen und so. Und dann arbeite ich aktiv darauf hin, dass es halt, man ist sich da der Trajectory, nochmal zu Jordan Peterson, ist man sich da eher bewusst. Und letztendlich kann man dann auch bessere Entscheidungen treffen. Deswegen ist es ganz gut, über die eigene Werte-Hierarchie einfach mal zu reflektieren. Man kann das zum Beispiel auf ein Blatt Papier aufschreiben mit erstens bis, was weiß ich, 100, ja, ganz oben. Das ist vielleicht so ein kleiner No-Brainer, also gerade wenn du jetzt noch keine Familie hast, keine Kinder hast, dann sollte auf erstens eigentlich das eigene Leben stehen. Und dann kann man halt so durch die Liste gehen, ja, und dann kann man sich überlegen, oh, kommt auf Nummer 10 jetzt, was weiß ich, dass ich gut aussehe? Oder kommt dann lieber, dass ich lecker essen gehe oder so, ja, wieder ein schlechtes Beispiel, es tut mir leid, ja, ihr könnt das ja selber für euch machen und dann sehen, was bei euch auf zehntens steht. Okay, also, und ein Rant meint jetzt hier also, wir müssen, dass diese rationalen Werte in der Hierarchie drin haben. Also zum Beispiel, wenn das oberste Wert, der oberste Wert für mich ist der Tod, dann sollte ich eigentlich gar nicht zweitens aufschreiben, sondern direkt den Strick basteln und mich erhängen. Also, das ist halt so, wenn wirklich der Tod das oberste ist, dann spielt eigentlich alles andere keine Rolle. Und das heißt ja, oder ich möchte nicht sagen, dass der Tod nie die oberste Position haben kann. Ja, weil man kann jetzt auch wieder hier ein unwahrscheinliches Szenario machen, ja, ich bin ein Soldat und werde bei einer Militäroperation gefangen genommen und habe jetzt die Möglichkeit, was weiß ich, zehn Jahre in Kriegsgefangenschaft gefoltert zu werden oder meine eigene Zunge zu schlucken oder so, wieder ein schlechtes Beispiel. Dann kann es durchaus sein, dass ich sage, ja, also die zehn Jahre Torture sind es mir nicht wert, ich off mich. Und das kann durchaus rational sein, in manchen Fällen, ja, in manchen Fällen. Gut, Liebe und Freundschaft sind zutiefst persönliche, egoistische Werte. Ein ganz wichtiger Paragraph. Paragraph, finde ich, ja, weil hier wird uns ja zum ersten Mal gesagt, ja, also vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch das erste Mal, dass ihr hört, dass Liebe, das egoistische Liebe, was Positives ist. Wohingegen wir ja immer eigentlich von den Plattitüden des Altruismus hören, ja, Liebe ist eben selbstlos. Ich opfere mich auch für die andere Person, wobei solche Plattitüden eben komplett übersehen, dass wenn ich mich für eine Person, die ich liebe, in Klammern oder in Anführungszeichen, opfere, dass gar kein wirkliches Opfer ist. Ja, also wenn meine Freundin sagt, ich möchte, was weiß ich, ins Theater gehen und ich sage, ich würde lieber zum Fußballspiel gehen, dann ist es kein Opfer, wenn ich sage, weißt du was, Schatz, ich gehe mit dir ins Theater, weil ich dich liebe und weil ich mich freue, wenn du dich freust. Ja, das ist nicht selbstlos, sondern ich ziehe da selber eine Befriedigung daraus. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir müssen die Liebe praktisch wieder als egoistisches Ideal für uns zurückerobern. Eine selbstlose und uneigennützige Liebe ist ein Widerspruch in sich. Es bedeutet, dass einem das, was man schätzt, gleichgültig ist. Sorge um das Wohlergehen derer, die man liebt, ist ein rationaler Teil der eigenen egoistischen Interessen. Wenn ein Mann, der seine Frau leidenschaftlich liebt, ein Vermögen ausgibt, um sie von einer gefährlichen Krankheit zu heilen, wäre es absurd zu behaupten, dass er es als Opfer um ihretwillen tut und nicht um seinetwillen oder dass es für ihn persönlich und egoistisch keinen Unterschied macht, ob sie lebt oder nicht. Ja, also hier wieder das Beispiel. Wir haben eine Person, die man liebt, ist krank und jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, ich fahre dann nicht auf den Urlaub nach Mallorca, das ist dann kein Opfer, sondern das ist eigentlich nur konsistent mit der Werte-Hierarchie eben. Jede Handlung, die man zum Vorteil derer unternimmt, die man liebt, ist in der eigenen Werte-Hierarchie kein Opfer. Im Gesamtkontext aller möglichen Alternativen erreicht es das, was für einen selbst von größtem persönlichen und rationalen Interesse ist. Im oben genannten Beispiel ist das Überleben seiner Frau für den Mann von größerem Wert als alles, was sein Geld kaufen könnte. Sie ist von größter Wichtigkeit für sein eigenes Glück und deswegen ist seine Handlung kein Opfer. Doch nehmen wir an, er ließe sie sterben, um sein Geld für die Rettung von zehn anderen Frauen auszugeben, von dem ihm keine etwas bedeutet, wie die Ethik des Altruismus es fordert. Das wäre ein Opfer. Hier kann man den Unterschied zwischen Objektivismus und Altruismus am deutlichsten sehen. Wenn Opferung das moralische Handlungsprinzip ist, dann sollte dieser Mann seine Frau für die zehn anderen opfern. Was unterscheidet diese Frau von den zehn anderen? Nichts außer ihr Wert für den Mann, der die Wahl treffen muss. Nichts außer der Tatsache, dass sein Glück ihr Überleben erfordert. Also ich denke, für alle Leute, die bis jetzt noch Zweifel hatten, das wird die Zweifel aufklären. Also es geht eben genau darum, dass wenn ich Leute in meiner Wertehierarchie mit meiner Wertehierarchiekonsistenz am Leben erhalte oder andere kleinere Werte aufgebe, um den größeren Wert, das Leben der anderen Person, am Leben zu halten, das ist kein Opfer. Das hat nichts mit Altruismus zu tun. Das ist eben genau das Gegenteil. Das ist egoistisch. Und nochmal, Egoismus ist eine Tugend. Ergo der Name des Buches. Wohingegen der Altruismus sagen würde, ja, also erstmal utilitaristisch gesehen, du könntest zehn Leben retten, anstatt nur eines zu retten. Also du könntest sogar sozusagen zehnmal so viel Gutes tun. Und auf der anderen Seite, ja, wenn du diese Frau, die du ja liebst, retten willst, das ist ja egoistisch, ergo schlecht. Und deswegen solltest du lieber zehn Random-Frauen retten, die dir gar nichts bedeuten, weil das Opfer dann viel größer ist, ergo auch die Tugend viel größer. Die objektivistische Ethik würde ihm sagen, dein höchster moralischer Zweck ist das Erlangen deines eigenen Glückes. Dein Geld gehört dir, benutze es, um deine Frau zu retten. Das ist dein moralisches Recht und deine rationale moralische Entscheidung. Ja, also die objektivistische Ethik würde ihm eine Anleitung an die Hand geben, wie er sein Glück erreicht und erhält. Wohingegen der Altruismus gibt ihm nur die Anleitung, wie er sich, ja, in die Pfanne schmeißen kann wie ein Schmur. Sehen Sie sich die Seele des Altruisten an, der diesem Mann das Gegenteil sagen würde. Und dann fragen sie sich, ob der Altruismus es auf das menschliche Wohlergehen abgesehen hat. Die richtige Methode zur Beurteilung, ob und wann man einer anderen Person helfen sollte, ist Bezugnahme auf den eigenen rationalen Vorteil und die eigene Wertehierarchie. Die Zeit, das Geld oder der Einsatz, den man aufbringt oder das Risiko, das man auf sich nimmt, sollten proportional zum Wert der anderen Person in Bezug auf das eigene Glück sein. Also wir kommen jetzt wieder zurück zu diesen ganzen Szenarien. Ja, eine Person ertrinkt im See und ich gehe daran vorüber und sehe das. Um dies am Lieblingsbeispiel der Altruisten, der Rettung einer ertrinkenden Person zu illustrieren. Wenn die zu rettende Person ein Fremder ist, ist seine Rettung moralisch nur richtig, wenn das Risiko für das eigene Leben minimal ist. Wenn das Risiko groß ist, würde es unmoralisch sein, es zu versuchen. Nur Mangel an Selbstachtung könnte jemand dazu veranlassen, sein eigenes Leben nicht höher zu schätzen als das irgendeines Fremden. Und umgekehrt kann man von keinem Fremden erwarten, dass er sein Leben für sie riskiert, da ihr Leben für ihn nicht so wertvoll sein kann wie sein eigenes. Ja, also ich male mal, ja wir haben jetzt das Beispiel hier von einer ertrinkenden Person. Ich male mal zwei unterschiedliche Bilder in euren Köpfen. Das eine ist ein, ja, ich, beides Mal gehen wir jetzt also an einem Gewässer vorbei und beides Mal ertrinkt jemand, den wir nicht kennen. Ja, also, ne, auch, weil es ist ja relativ einfach zu sagen, wenn jetzt da meine Frau oder mein Kind ertrinken würde, dann würde ich mich da in die Fluten stürzen und eventuell sogar mein eigenes Leben riskieren. Weil selbst wenn ich sterben würde, hätte ich die Möglichkeit, meinen höheren Wert zu erhalten. Also, das wäre egoistisch. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die ertrinkende Person ein Fremder ist. Wenn das jetzt also ein, ja, ein Tümpel ist und, was weiß ich, da ist ein Kind reingefallen und das Kind kann nicht selber wieder aufstehen und ertrinkt da jetzt also. Und ich brauche da praktisch nur kurz ins Wasser rein zu warten, ja, ich mache mir vielleicht die Schuhe dreckig, ähm, aber ich kann da ohne, ja, ich weiß, dass ich da nicht selber sterben werde, dann ist es natürlich moralisch, das Kind zu retten. Wohingegen, wenn das jetzt ein, was weiß ich, ein reisender Fluss ist und ich sehe da jemand, äh, ertrinkt da drin und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ja, wahrscheinlich 80 Prozent über den Daumen gepeilt werde ich selber ertrinken, wenn ich, ähm, mich da in die Fluten stürze, dann ist es natürlich unmoralisch, mein eigenes Leben, meinen höchsten Wert oder einer meiner höchsten Werte, je nachdem, ob ich Geliebte habe, ähm, zu opfern, um diesen Fremden zu retten, ja, also das sind schon mal so zwei verschiedene, ähm, Szenarien und es kommt dann halt drauf an, ja, wie hoch ist das Risiko, dass mein eigenes Leben, mein eventuell höchster Wert dabei, ähm, verendet. Wenn die zu rettende Person kein Fremder ist, ist das Risiko, das man tragen sollte, proportional größer, je nachdem, äh, je nachdem Wert dieser Person für einen selbst. Wenn es der Mann oder die Frau ist, die man liebt, kann man, äh, willens sein, sein eigenes Leben herzugeben, um ihn oder sie zu retten. Aus dem egoistischen Grund, dass das Leben ohne die geliebte Person unerträglich wäre. Wenn ein Mann andererseits schwimmen und seine Frau retten könnte, aber in Panik verfällt, ungerechtfertigter, irrationale Angst nachgibt, er sie ertrinken lässt und dann sein eigenes, äh, sein Leben in Einsamkeit und Elend verbringt, würde man ihn nicht egoistisch nennen. Man würde ihn moralisch anklagen, für den Verrat an sich selbst und an seinen Werten. Genauer gesagt, für sein Versagen, um die Bewahrung seines Wertes zu kämpfen, der wichtig für sein Glück ist. Denken Sie daran, dass Werte das sind, was man erlangen und oder bewahren will. Und dass man sein Glück durch eigene Anstrengungen erlangen muss. Ja, also Integrität ist ein ganz wichtiges Wort. Und heißt, Integrität ist Loyalität zu den eigenen Überzeugungen und Werten. Sie ist das Prinzip, in Übereinstimmung mit den eigenen Werten zu handeln. Sie ist, in der praktischen Realität auszudrücken, zu erhalten und umzusetzen. Ja, also ganz wichtig, wenn ich jetzt also meine geliebte Frau aus den Fluten rette, dann bin ich nicht selbstlos, sondern bin ich integer. Ja, ich handle so, um meine Werte, ergo die Frau, oder ergo ist da glaube ich das falsche Wort, also die Frau zu retten. Gut. Wenn ein Mann behauptet, eine Frau zu lieben, seine Handlungen ihr gegenüber aber gleichgültig oder zerstörerisch sind, so ist es sein Mangel an Integrität, der ihn unmoralisch macht. Also, ganz wichtig. Das gleiche Prinzip gilt für Beziehungen unter Fremden. Wenn ein Freund in Schwierigkeiten steckt, sollte man ihm mit allen geeigneten, nicht opfernden Mitteln helfen. Wenn ein Freund zum Beispiel hungert, so ist es kein Opfer, wenn man ihm Geld gibt und sich nicht ein unbedeutendes Spielzeug kauft, sondern Integrität, da sein Wohlergehen der persönlichen Werteskala wichtig ist. Wenn das Spielzeug einem mehr bedeutet als das Leiden des Freundes, hat man kein Recht, so zu tun, als sei man sein Freund gewesen. Also, ganz wichtiger Punkt, ne? Wenn ich jetzt hier also mir, was weiß ich, eine neue Drohne kaufen kann oder ich helfe einem Freund über die Runden und ich kaufe mir lieber die Drohne, dann ist das Wort, der Begriff Freund wohl eher fehl am Platz. Okay. Die praktische Umsetzung von Freundschaft, Zuneigung und Liebe besteht in der Eingliederung des Wohlergehens, des rationalen Wohlergehens dieser Person in die eigene Wertehierarchie und dem entsprechenden Handeln. Oder Handeln, dem entsprechendem Handeln. Doch das ist eine Belohnung, die man sich durch Tugend verdienen muss und die man nicht jedem Bekannten oder sogar Freund gewährt. Was aber sollte man Fremden gewähren? Den allgemeinen Respekt und guten Willen, den man einem Menschen gewähren sollte, und zwar im Namen des potenziellen Wertes, den er repräsentiert, solange er ihn nicht verwirkt. Ein rationaler Mensch vergisst nicht, dass das Leben der Ursprung aller Werte ist und als solches ein gemeinsames Band unter lebenden Wesen, im Gegensatz zu lebloser Materie, ist. Dass andere Menschen potenziell in der Lage sind, die gleichen Tugenden wie die eigenen zu erlangen und dass sie daher von enormem Wert für ihn sein können. Dies bedeutet nicht, dass er Menschen für austauschbar mit sich selbst hält. Er anerkennt die Tatsache, dass sein eigenes Leben nicht nur der Ursprung all seiner Werte ist, sondern seiner Fähigkeit, etwas wertzuschätzen. Deswegen ist der Wert, den er anderen zugesteht, nur eine Konsequenz, eine Erweiterung, eine sekundäre Projektion des primären Wertes, der er selbst ist. Zitat Das ist also ein Zitat von Nathaniel Brandon aus Benevolence vs. Altruism. Also wir haben einfach oder wir sollten als rationale Menschen anerkennen, dass das Leben der Ursprung aller Werte ist. Und als Folge dessen sollten wir eine gewisse Loyalität zu unserer Spezies haben. Und auch, wenn ich den Fremden, der da im Teich ertrinkt, vielleicht nicht kenne, könnte es ja trotzdem sein, dass das ein potenzieller Wert für mich ist. Jemand, mit dem ich mich gut verstehen könnte. Jemand, der die gleichen Werte halten könnte oder zu den gleichen Werten gelangen könnte wie ich. Und dann wäre er natürlich ein sehr hoher Wert. Ja, also es könnte ja sein, dass die Person, die du da aus dem Teich ziehst, deine Frau wird. Ja, weil ihr dann euch ineinander verliebt und so weiter. Und dann wird sie auf einmal zu deinem höchsten Wert. Also kann man durchaus hier, man sollte einfach einen gewissen Grundrespekt für das Leben von anderen Menschen haben. Da Menschen sowohl kognitiv als auch moralisch tabula rasa geboren werden, also tabula rasa ist ohne irgendeine Fähigkeit, hält ein rationaler Mensch Fremde für unschuldig, bis ihnen eine Schuld nachgewiesen wird und er gewährt ihnen den anfänglichen guten Willen im Namen ihres menschlichen Potenzials. Danach beurteilt er sie anhand ihres moralischen Charakters. Wenn er sie eines schlimmen Vergehens für schuldig befindet, wird sein guter Wille ersetzt durch Verachtung und moralische Verurteilung. Wenn man menschliches Leben schätzt, kann man nicht dessen Zerstörer schätzen. Wenn er findet, dass sie tugendhaft sind, gewährt er ihnen persönlichen individuellen Wert proportional zu ihren Tugenden. Ja, also wir haben von Grund auf, sollten wir eigentlich ein positives Bild für Menschen haben. Ja, also im englischen Recht gibt es ja den Spruch, innocent until proven guilty. Ja, also wir gehen erst mal davon aus, dass die Menschen unschuldig sind, außer wir können ihnen tatsächlich eine Schuld nachweisen. Und ebenso verhält es sich mit Fremden. Ja, also zum Beispiel Stéphane Molyneux hat seiner Tochter beigebracht, be nice to those who are nice, be mean to those who are mean. Ja, also diese Reziprozität oder Reciprocity. Das heißt also, so wie du, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Und wenn jetzt jemand mit Tugend in den Wald hineinruft, dann sollte Tugend aus dem Wald herausschallen. Wohingegen, wenn jemand mit bösen Absichten und Boshaftigkeit in den Wald hineinruft, dann sollte es auch mit Boshaftigkeit herausrufen. Das ist ja auch das Prinzip der Selbstverteidigung. Ja, also wenn wir angegriffen werden, dann können wir uns durchaus mit physischer Gewalt dagegen verteidigen. Also ganz wichtig. Aufgrund dieses allgemeinen Respekts und guten Willen für den Wert des menschlichen Lebens hilft man Fremden in einem Notfall. Und nur in einem Notfall. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich jedem Menschen, den ich sehe, auf einmal helfen will, weil ich, was weiß ich, ein Altruist bin, sondern nach der egoistischen Ethik sollte man eben das nur in einem Notfall tun. Es ist wichtig, zwischen den Verhaltensregeln in einer Notsituation und den Verhaltensregeln in Normalsituationen des menschlichen Daseins zu unterscheiden. Dies ist keine Doppelmoral. Der Maßstab und die Grundprinzipien bleiben die gleichen, aber ihre Anwendung erfordert in beiden Fällen präzise Definitionen. Ja, okay, wir kommen zur Definition. Das ist ganz wichtig. Ein Notfall ist ein nicht selbstgewähltes, unerwartetes und zeitlich begrenztes Ereignis, das Bedingungen schafft, unter denen menschliches Überleben unmöglich ist. Wie zum Beispiel Hochwasser, Erdbeben, Feuer oder Schiffbruch. In einem Notfall besteht das primäre Ziel darin, die Katastrophe zu bekämpfen, der Gefahr zu entkommen und normale Bedingungen wiederherzustellen, trockenes Land zu erreichen, das Feuer zu löschen und so weiter. Also, ein Notfall ist, wir haben jetzt hier verschiedene Kriterien, ein nicht selbstgewähltes, unerwartetes und zeitlich begrenztes Ereignis. Drei Bedingungen für einen Notfall. Das heißt, wenn ich jetzt also den Notfall sozusagen selber gewählt habe, mein Haus selber in Brand gesteckt habe, dann ist es selbstgewählt, es ist nicht unerwartet, aber es ist zeitlich begrenzt. Ja, aber gut, das ist dann kein Notfall mehr, weil die Person sich selber dazu entschieden hat, das Haus in Brand zu stecken. Wohingegen, ja, wenn ich, es kommt zum Kurzschluss in den Haus, der Vorhang fängt Feuer, das ist dann ein unerwartetes, nicht selbstgewähltes und zeitlich begrenztes Ereignis. Also ein klassischer Notfall. Und wir wollen halt, wenn wir einen Notfall haben, versuchen, so schnell wie möglich, die normalen Bedingungen wiederherzustellen. Mit normalen Bedingungen meine ich metaphysisch normal. Normal in der Natur der Dinge und der menschlichen Existenz angemessen. Menschen können an Land leben, aber nicht im Wasser oder in einer Feuerbrunst. Da Menschen nicht allmächtig sind, ist es metaphysisch möglich, dass sich Katastrophen ereignen, in welchem Fall ihre einzige Aufgabe darin besteht, die Bedingungen wiederherzustellen, unter denen ihr Leben fortgesetzt werden kann. Ihrer Natur nach sind Notfälle zeitlich begrenzt. Wenn sie andauern würden, würde die Menschheit zugrunde gehen. Ich finde das ganz interessant, mit dem selbstgewählten oder nicht selbstgewählten und unerwarteten. Weil, wenn wir uns zum Beispiel Hurricane Katrina anschauen oder irgend so ein Unglück in den USA, habe ich zum Beispiel schon gehört, dass, ja, das ist halt so, wenn du in Florida wohnst, dann weißt du, dass es Hurricane-Season gibt. Und dann ist es also nicht wirklich unerwartet, wenn da ein Hurricane kommt. Da sollte man sich dann entsprechend darauf vorbereiten. Und wenn man fahrlässig genug ist, sich nicht darauf vorzubereiten, kann man jetzt argumentieren, dass es kein klassischer Notfall ist. Nur in Notfällen sollte man Fremden freiwillig helfen, sofern es in der eigenen Macht liegt. Ja, ganz wichtiger Satz. Nur in Notfällen sollte man Fremden helfen, sofern es in der eigenen Macht liegt. Ein Mensch, der menschliches Leben schätzt und der zum Beispiel Schiffbruch erleidet, sollte seinen Mitpassagieren helfen. Aber nicht auf Kosten des eigenen Lebens. Also noch mal das Rettungsboot-Szenario bei Rothbard. Ja, wir sind auf der Titanic. Es gibt nicht genügend Rettungsboote für andere. Ich war vorher so intelligent, mir einen Platz auf dem Rettungsboot zu reservieren. Ja, habe ich mir extra ein teures Ticket gekauft, dass für den Fall, dass die Titanic untergeht, ich einen Platz im Rettungsboot habe. Wenn ich jetzt also meinen Platz aufgebe, damit ein Fremder überleben kann, dann ist das auf Kosten meines eigenen Lebens. Und natürlich nach der egoistischen Ethik ist das dann altruistisch ergo böse. Aber das bedeutet nicht, dass er, nachdem alle das Land erreicht haben, seine Anstrengungen darauf richten sollte, seine Mitpassagiere vor Armut, Unwissenheit, Neurosen oder sonstigen Problemen zu retten. Auch bedeutet es nicht, dass er sein Leben damit verbringen sollte, die sieben Meere auf der Suche nach Schiffbrüchigen abzusegeln. Also wir merken hier einfach diesen Unterschied. Wenn ich wirklich der altruistischen Ideologie verfallen bin, dann richtet sich mein ganzes Leben auf andere Leute. Und dann, wenn ich von der Titanic gerettet zurück an Land bin, dann bleibe ich mit allen Passagieren in Kontakt und sage so, oh ja, dir geht es gerade nicht so gut. Ich muss jetzt mein ganzes Leben praktisch darauf ausrichten, dir zu helfen. Oder ich kaufe mir selber einen Kahn und fange an, nach Schiffbrüchigen zu suchen. Also ich denke, das sollte man eigentlich verstehen. Das ist relativ klar. Oder um ein Beispiel zu nehmen, das jeden Tag passieren kann, nehmen wir an, man hört, dass ein Nachbar krank und mittellos ist. Krankheit und Armut sind keine metaphysischen Katastrophen. Sie sind Teil des normalen Lebensrisikos. Da aber der Mann vorübergehend hilflos ist, kann man ihm Essen oder Medizin bringen, wenn man es sich leisten kann. Als Akt guten Willens, nicht als Pflicht. Und man kann unter den Nachbarn sammeln, um ihm zu helfen. Doch das bedeutet nicht, dass man ihn von nun an immer unterstützen muss. Oder man sein Leben mit der Suche nach Verhungernden verbringen muss, um ihnen zu helfen. Also, ganz wichtiger Unterschied. Nochmal ein anderes Beispiel eben, richte ich mich jetzt auf den Notfall aus, um die Normalsituation wiederherzustellen, oder richte ich mich komplett auf andere Leute aus, um Opfere mein eigenes Leben deswegen. Unter normalen Lebensbedingungen muss der Mensch seine Ziele wählen, sie zeitlich planen, sie verfolgen und durch eigene Anstrengungen erlangen. Dies wird unmöglich, wenn seine Ziele von der Gnade anderer abhängig ist und sie dem Unglück anderer geopfert werden müssen. Man kann sein Leben nicht nach Regeln leben, die nur für Bedingungen gelten, unter denen menschliches Überleben unmöglich ist. Man kann sein Leben nicht nach Regeln leben, die nur für Bedingungen gelten, unter denen menschliches Überleben unmöglich ist. Das ist genau das Gleiche, wie Rothbard gesagt hat. Es ist ein Trugschluss, die Ethik, die Moral, nach diesen Notsituationen auszurichten. Das Prinzip, dass man Menschen in Notfällen helfen sollte, kann nicht auf alles Menschliches leiden ausgedehnt und das Unglück anderer kann nicht zur Hypothek auf das eigene Leben gemacht werden. Armut, Unwissenheit, Krankheit und ähnliche Probleme sind keine metaphysischen Notfälle. Aufgrund der metaphysischen Natur des Menschen und des Daseins muss der Mensch sein Leben durch eigene Anstrengungen erhalten. Die Werte, die er braucht, wie zum Beispiel Wohlstand oder Wissen, schenkt ihm die Natur nicht automatisch, sondern sie müssen durch eigenes Denken und eigene Arbeit entdeckt und erlangt werden. Die einzige Verpflichtung gegenüber anderen lautet daher, ein Gesellschaftssystem zu erhalten, das Menschen die Freiheit lässt, ihre Werte zu erlangen, zu gewinnen und zu behalten. Das ist die Equality of Opportunity, wohingegen, oder nicht die Equality of Outcome. Das Leben ist nun mal kein Ponyhof und man muss sich halt anstrengen, um zu überleben. Jeder Mensch muss schuften, jeder Mensch muss produktiv arbeiten, um zum Beispiel Geld zu verdienen, um sich damit ein Dach über dem Kopf zu kaufen oder Essen zu kaufen. Das sind, ja, so ist die Natur. Und das ist eben kein metaphysischer Notfall, wie jetzt zum Beispiel ein, ja, was weiß ich, Feuersturm oder so. Jeder Moralkodex basiert auf Metaphysik und wird von ihr abgeleitet. Das heißt von einer Theorie über die fundamentale Natur des Universums, in dem man lebt und handelt. Die altruistische Ethik basiert auf der Metaphysik eines bösartigen Universums. Auf der Theorie, dass der Mensch aufgrund seiner Natur hilflos und verloren ist, dass Notfälle und Katastrophen der Normalzustand des Lebens sind und dass es sein primäres Ziel ist, diese zu bekämpfen. Als einfachste empirische Wiederlehrung dieser Metaphysik, als Beweis der Tatsache, dass das Universum nicht bösartig ist und dass Katastrophen die Ausnahme und nicht die Regeln sind, braucht man sich nur die Vermögen anzusehen, die Versicherungsgesellschaften gemacht haben. Also wenn wir ständig in Katastrophen wären, dann würde die Versicherungsgesellschaft ja pleite gehen, weil sie die ganze Zeit ihre Versicherungsdinger auszahlen müssen. Und dadurch, dass das nicht passiert, können wir schon mal ein Indiz daran sehen, dass eben Katastrophen die Ausnahme sind. Beobachten sie auch, dass die Verfechter des Altruismus nicht in der Lage sind, ihre Ethik auf Fakten des normalen menschlichen Daseins zu basieren und dass sie immer Rettungsbootsituationen als Beispiele anbieten, aus denen man moralische Verhaltensregeln ableiten soll. Zitat, Was sollte man tun, wenn man zu zweit in einem Rettungsboot sitzt, das nur einen tragen kann? Zitat Ende und so weiter. Ja, also wieder genau das, was Rothbard gesagt hat. Tatsache ist, dass Menschen nicht in Rettungsbooten leben und dass ein Rettungsboot nicht der Ort ist, auf dem man seine Metaphysik basiert. Letzter Paragraf. Der moralische Zweck des Lebens ist das Erlangen des eigenen Glücks. Das bedeutet nicht, dass man allen gegenüber gleichgültig ist, dass menschliches Leben kein Wert ist und dass man keinen Grund hätte, anderen in Notlagen zu helfen. Aber es bedeutet, dass man sein Leben nicht dem Wohlergehend und den Wünschen anderer unterordnet, dass die Linderung ihres Leidens kein primäres Motiv ist, dass jede Hilfe, die man leistet, eine Ausnahme und keine Regel, ein Akt der Großzügigkeit und keine moralische Pflicht ist, dass sie marginal und zufällig ist, da Katastrophen im Leben marginal und zufällig sind. Und dass Werte nicht Katastrophen das Ziel, das primäre Motiv und die Antriebskraft des Lebens sind. Kapitel Ende. Und das ist vom Februar 1963. Also, ich denke, wir haben ganz gut begriffen, was so der Objektivismus beziehungsweise der Egoismus über solche Notsituationen sagt. Es ist nie gesagt, dass du anderen Leuten nicht helfen sollst, sondern es ist nur gesagt, dass wenn du anderen Leuten hilfst, das eine Ausnahme sein soll und nicht die Regel. Ja, dass jeder Mensch ist für seine eigene Glückseligkeit verantwortlich und klar, wenn jetzt der Nachbar Müller in eine nicht selbstgewählte, unerwartete und zeitlich begrenzte Notlage kommt, dann ist es durchaus moralisch, ihm zu helfen. Als Akt des guten Willens und nicht als Pflicht. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dieser Unterschied, dass es eben keine Pflicht ist, sondern ein Akt des guten Willens. Ähnlich, und wir kommen zu der Selbstvermarktung, ähnlich ist es natürlich, wenn du Alex Anarcho eine Spende gibst. Ja, also das ist ein Akt des guten Willens, das ist keine Pflicht, das musst du nicht machen. Wenn du mir helfen willst, dann machst du das aus freien Stücken, ja, weil zum Beispiel mein Podcast zu hören ein Wert für dich ist. Das macht die Autofahrt unterhaltsamer oder den Spaziergang im Wald angenehmer und so weiter und so fort. Also, das ist egoistisch, wenn du mir spendest, weil du weißt, hey, wenn Alex Anarcho ein bisschen Geld bekommt für seine Arbeit und für seine Vorlesungen, dann wird er weitermachen und dann werde ich weiter eigennütziges Glück daraus ziehen können, dass ich seine nette Stimme durch meine Kopfhörer und Lautsprecher höre. Ja, also, das ist mir, ich denke, das ist ein ganz schönes Beispiel, einmal um die Folge natürlich abzuschließen und euch zum Spenden zu motivieren und auf der anderen Seite eben, um das zu illustrieren, dass das, ja, durchaus egoistisch sein kann, Dinge für andere Leute zu tun und dass das auch gut ist, wenn man Dinge für andere Leute tut beziehungsweise wenn man halt versucht, der Werte hierarchiegemäß die Dinge, die man wertschätzt, die Werte zu erhalten. Das ist tugendhaft, das ist egoistisch und das ist genau der Punkt von diesem Buch, was wir gerade lesen. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge, war ein kürzeres Kapitel, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, habe ich noch so organisatorische Sachen zu sagen? Ah, ja, also, aktuell bin ich gerade dabei, ein bisschen Telegram Bots auf Python zu programmieren. Ich habe jetzt zum Beispiel einen, ähm, ein Programmcode, den ich vorher schon geschrieben hatte, für meine Kommandozeile als Telegram Bot geschrieben. Das heißt, du kannst jetzt bei Alex Anarcho Diskurs in der Telegram Gruppe forward slash price und dann zum Beispiel BTC eingeben und du bekommst dann vom Bot den Preis von Bitcoin angezeigt. Und das funktioniert mit allen Top 20 Währungen. Du kannst auch forward slash top und dann eine Zahl, zum Beispiel top 3, top 5, top 10, top 20 eingeben und der Bot spuckt dir dann die, ja, von CoinMarketCap die Liste mit den Top, was auch immer, Kryptowährungen aus. Das ist also eine coole Sache, die ich gerade selber so ein bisschen an der Seite mache und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Wir nähern uns also dem Reputation Bot, den ich ja für die Alex Anarcho Diskurs Gruppe selber schreiben wollte und ja, ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Vor allem, ich habe so mir das jetzt überlegt, wie ich mich finanzieren werde oder wie ich mich finanzieren will und ich hoffe, das kommt bei euch gut an und zwar haben wir praktisch also dann ein Reputation Bot, das heißt, ihr kennt das ja schon, man kann jetzt auf eine Nachricht von einem anderen mit einem Pluszeichen oder mit einem Minuszeichen reagieren und den hoch oder runterwerten und meine Idee war jetzt, okay, jede 24 Stunden, ja, was weiß ich, immer um drei Uhr morgens resettet sich dieser Bot, also jetzt nicht die Statistik, wer viel Reputation hat, sondern du bekommst ein Upvote, ja, einen Upvote oder vielleicht zwei oder drei, das muss ich nochmal gucken, wie ich es mache und du hast dann also 24 Stunden Zeit, diese Upvotes zu verteilen und wenn du das nicht verteilst, dann verfallen die, das heißt, du hast dann am nächsten Tag wieder nur drei Upvotes, das heißt, sie akkumulieren nicht, was ich gestern nicht ausgegeben habe, werde ich morgen auch nicht ausgeben können und so hat man praktisch eine künstliche Knappheit an den Upvotes und die, ich hoffe, ihr überlegt euch dann gut, ja, wen möchte ich denn upvoten und wen lasse ich lieber nicht oder wen möchte ich nicht upvoten, weil aktuell ist es ja so, mit dem Bot, den wir haben, du kannst alle zehn Minuten, glaube ich, ein Upvote machen oder alle 15 Minuten und meine Idee war jetzt, dass ich, wenn ich den Bot selber schreibe, im Hintergrund das noch mit einem Monero, mit einer Monero Wallet verknüpfe und für Leute, die mich unterstützen wollen, ja, die haben dann ein, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber vom Prinzip her, ja, wenn du mir, was weiß ich, einen Euro in der Woche spendest, also vier Euro im Monat, ich denke, das ist okay, wie gesagt, das ganze Pricing, so habe ich mir noch nicht überlegt, dann wirst du ein Supporting Listener, kommst sozusagen in den Elite-Kreis und deine Upvotes akkumulieren sich, das heißt, du, ja, wenn du gestern nicht online warst, dann hast du heute sechs Upvotes zur Verfügung, anstatt nur drei oder zwei Upvotes, anstatt nur einem und, ja, ich glaube, einer ist da, also ein Upvote ist gut, weil man muss das ja auch wirklich verknappen und so weiter, also ich habe es mir noch nicht ganz überlegt und ich würde das dann ganz gerne automatisieren, dass du, ja, ich errichte eine Wallet extra dafür ein und du hast dann praktisch den Bot und wenn du diesem Bot eine Transaktions-ID zum Beispiel anzeigen kannst, die für eine Transaktion ist, die an die Wallet geht und diese Transaktion ist über einen bestimmten Betrag, also zum Beispiel jetzt vier Euro pro Monat, dann schaltet der Bot dich automatisch so frei zu diesem Elevated-Status, dass sich die Upvotes akkumulieren. Also das ist so meine Idee gerade, ich weiß, das ist komplett ab vom Schlag, hat überhaupt nichts mit die Tugend des Egoismus zu tun, aber Peter meinte ja, ich sollte am Anfang nicht so viel labern und deswegen mache ich das jetzt am Ende. Also das ist so meine Idee. Ich finde es persönlich halt super cool, weil man, ich kann das selber programmieren und im besten Fall ist es eine Infrastruktur, die ich auf dem eigenen Server laufen lassen kann und wo ich komplett der Administrator bin, wo ich komplett weiß, wie es funktioniert, wo ich alles selber geschrieben habe und so. Also das wäre dann mein mittelfristiges Ziel mit dem Reputation-Bot. Jetzt versuche ich aber erst mal, den normal einzurichten, dass man eben da, ja, genau. Und ja, was ich mir auch noch überlegt habe, was ich ganz cool fände, ist, dass man so Zeitetappen macht, also alle sieben Tage oder so, sagt der Bot, hey, das waren die User, die in diesen sieben Tagen, in dieser Woche, die meisten Reputation bekommen haben und der Erste bekommt dann, was weiß ich, einen Euro oder so zurücküberwiesen von mir. Also das wäre dann so der Mechanismus, mit dem ich auch euch jetzt finanziell inzentiviere, daran teilzunehmen, ja, das zu nutzen und, ja, da gute Beiträge zu posten, ja, weil man möchte natürlich da möglichst der Gewinner sein oder ich denke, das ist ganz cool, wenn man da mal ein bisschen gewinnt und man könnte das auch noch mit Grafen schön auf, arbeiten, dass man so den Verlauf sehen kann, welche Tage besonders produktiv waren und so weiter und so fort. Also das werde ich mir alles noch überlegen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich beschäftige mich damit, das macht sehr viel Spaß und ich freue mich über Spenden. Die Adressen findet ihr natürlich auf alexanarcho.net forward slash support und ihr könnt natürlich auch in der Telegram-Gruppe mir mit dem Monero-Tipp-Bot einfach einen kleinen Tipp spenden. Damit entlasse ich euch in das Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und am Sonntag, diesen Sonntag, das ist der heute ist schon Samstag, okay, krass, am 8. Am 8. März um 18 Uhr deutsche Zeit ist wieder Monero-Stammtisch. Die kommt dafür auf moneromumble.de da findet ihr den Link, wir machen das im Mumble, ihr könnt daran teilnehmen und euch mit uns austauschen und am darauffolgenden oder was heißt darauffolgenden, am 16. 3. wird wieder alexanarcho roundtable sein, also da könnt ihr dann auch wieder mit mir und anderen in der Gruppe über alle möglichen Themen diskutieren, es gab ja schon heiße Diskussionen in der Diskursgruppe und ja, wir werden da auf jeden Fall auf das ein oder andere Thema nochmal eingehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und peace out, Leute. So, jetzt eine letzte Sache habe ich noch und zwar wollte ich noch kurz updaten, was bei der Statistik jetzt rausgekommen ist, also elf Leute haben abgestimmt, einer hat für ja gestimmt und 91% für nein, also und das ja kann ich auch erklären und zwar war das Thorsten, Hallo Thorsten an dieser Stelle und für die anderen Leute, die jetzt das nicht mitbekommen haben, der hat das Problem nicht jetzt so in dem klassischen Sinne aufgefasst, sondern eher so metaphorisch und also wir bleiben einfach mal dabei. Ich glaube, das Trolley-Problem, so wie es da konzipiert wurde, tritt in der echten Welt nie auf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.